Ich bin Ida, ich bin sechs Jahre alt und ich möchte wissen, was Proteine sind. Proteine sind die Werkzeuge, die unser Körper zum Funktionieren braucht. Sie werden benötigt, um Muskeln und Knochen aufzubauen oder um wichtige Stoffe im Körper zu transportieren. Sie bestehen aus einer langen Kette von Aminosäuren. Das sind Bausteine, die wir entweder über die Nahrung aufnehmen müssen oder die unser Körper selbst produzieren kann. Und je nach Anordnung der verschiedenen Aminosäuren in der Kette entstehen unterschiedliche Proteine. Die verschiedenste Funktionen übernehmen. Welches Protein dabei hergestellt werden soll, entscheidet deine DNA. Denn die weiß, wo in deinem Körper was benötigt wird. Proteine kommen in vielen verschiedenen Lebensmitteln vor. Vor allem in Fisch, Fleisch, Eiern und Milchprodukten. Aber auch viele Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Erbsen oder auch Nüsse haben einen hohen Gehalt an Proteinen und können dir die Aminosäuren liefern, die dein Körper dringend braucht, aber selbst nicht herstellen kann.